Ja, gerade eben. Oh lol, Alter, was ist das denn hier? Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge DoomBots of Doom. Und heute wieder mit dabei... Echt? Hallo? Richtig, Dustin. Richtig. In der letzten Folge waren wir mit Dustin und Simon, einmal Echo, Caitlyn und Leblanc. Diese Runde sind wir, Jyn, Kyle und Anivia. Ich bin mal gespannt, was... Wir spielen jetzt nicht ernsthaft DoomBots of Level 100, oder? Nein, irgendwie, keine Ahnung. Oder vielleicht doch. Weiß ich noch nicht. Aber es ist funny. Ja, GG. Schwierigkeitsgrad wurde automatisch auf 66 gesetzt, okay. Könnt ihr euch immer noch nicht entscheiden, dann übernehme ich das eben. Stell dir mal vor, der hätte das jetzt wirklich auf 100 gemacht. Ja, nee, weil Dings hat auf 1... ...angewettet, also draufgesetzt. Und wie auf 100? Von daher nimmt er dann eigentlich ungefähr die Mitte von allen. Nein! Jetzt haben die so ein Pantheonschild. Ja, bleibst du an, sonst ist es weg. Ja, ich weiß. Ja, was ist das? Was denn? Achso, okay. Ja, ähm... Leona W ist einfach... ist nicht um Leona, sondern einfach auf einer Fläche. Ja. Weil Leona W war ja immer um sie herum. Ja, shit, Alter. Die hat's done ready. Good job. Ja. Ah, nee, warte, du bist ja gar nicht Wayne. Ich bin da ja nicht Wayne. Aber wir haben auch den KK gleich. Oh mein Gott. Was war das gerade? Nice. Oh, nice. Oh mein Gott, die Chugout-W. Ich mein, Q suck. Warum, was macht die? Die macht drei Qs hintereinander. Ja, das ist geil. Das ist echt übelgeil. Oh Gott, Annie verpiss dich, ey. Nein, mein Ei. Sie greift mein Ei an. Loy, was für eine Fotze. Die greift tatsächlich mein Ei an. Ich dachte, die wäre gar nicht so schlau. Ach, vergessen. Stufe 66. Nee. Bots haben einen Schild, der den nächsten Champion oder Turmangriff abwehrt. Alle vier Angriffe oder Zauber bekommen sie ihn wieder zurück. Ursprung Timo. Naja. Oh, Mist, Timo O.P. Ja, weiß ich auch nicht. Thermis Senpai. Okay, ich kill die Clash. Oh, Leute, hier kommen einfach random Bart-Ultimates. Ja, das passiert schon mal. Kann mal passieren. Ja, die waren bei meinen anderen Band-Games auch. Oh Gott. Bei uns kommen so ein bisschen mehr unterwegs. Überall. Oh, ich hab Annie. Oh mein Gott. Nein, Tibbers. Man könnte hier auch mal AP Bart spielen. Das wäre auch witzig. Ja, Mann. Mein Main, Alter. Nächste Runde. Los geht's. Simon ist die ganze Zeit gemütet. Ich glaub, der hat keinen Bock auf Aufnahme. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Hast du einfach gefressen? Ja. Ich will auf Lesen. Hallo. Tschüss. Ah, jetzt, jetzt, jetzt spricht er. Ja, 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 Leon stinkt. Wollte ich euch nur gesagt haben, ich verpiss mich wieder. Tschüss. Ja, ja. Woher weißt du das? Spaß. Oh nein, Annie. Du darfst es jeden Tag riechen. Achso. Jetzt wüsst ihr die ganze Wahrheit, Leute. Spaß. Wisst ihr nicht. In Wirklichkeit riecht sich nach Dusch das. Nein, Spaß. Oh, 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 oh. Thunderlord zu B. Base, base, base. Das ist nicht Teamwork. Ja. Good job, Boys. Und Simon. Ich kann dich auch gleich heilen. Ich kann schon 7 Kills. Stufe 66. Ja, äh. So ist es besser. Das ist ein, 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 ein schwieriger. Das ist in der letzten Jahr. Wir sind besser. Alles klar. Das ist ja auch eine Amumu Ulti. Echt? Da ist die Amumu Ulti. Kam da wieder nur Amumu Ulti? Ja, also die Leona Ulti ist so groß wie die richtige Amumu Ulti. Laber, echt? Ja. Hey, wo ist es? Wellentor, Jungs. Wo ist es? Wo ist es Wellentor? Das steht, der Schreibtat, Timur hat irgendwas gesagt. Ja, Wellentor, das ist die, äh, Dings. Ultimate von Rays. Ja, ah. Ganz da reingehen. Was passiert ist, wenn ich die Golems hier mache? Keine Ahnung. Und ich hab einen Bonus bekommen, wach? Was? 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 Mh, bist du unsterblich? Ja, genau. Du bist total unsterblich. Oh mein Gott, der Juke. Der Juke. Oh mein Gott, du überlebst. Bist du reingelaufen? Loooool, da ist das. It was at this moment that he knew. He fucked up. Lo, oh, pfff. Ja. Nein, man, diese scheiße Rise Ultimate. Oh mein Gott. Was ist das jetzt eigentlich mit den Dingen? Keine Ahnung. Die Rise Ultimate hat mich gedoomt, ey. Ich weiß nicht, was die bringen. Ihr macht mal eine, die doch mal. Ich hab grad auch so... Die hab ich auch mal gemacht, aber... Bringt nix. Oh, jetzt wollen die Mitte pushen, ne? Jetzt macht er fünf Dinge. Oh no, ich bin tot. Hast du es gehört? Der macht jetzt fünf Dinge. Ja, ja, ich weiß. Was der hat das eben gemacht? Was mach ich denn? Oh mein Gott, ich bin so boosted. Komm schon, nein, mich da auch bitte. Ich bin boosted, Leute. Nee, du hast die, du wichst. Das zensiere ich aus der Aufnahme raus. Macht er nie. Oh mein Gott, ey, das war so gerade ein geboostertes Play von mir. Ja, nice one, nice flash. Oh, ich überlebe. Oh, lol, die Leona Ultimate, Alter. Das war ja Genkidama. Ich überlebe. Lack, Alter. Oh, was ist das? Tschüss, Leon. Oh Gott, Alter, diese Manni. Der macht jetzt sechs Dinge. Oh mein Gott. Du kommst nach sechs Dinge. Ich komm jetzt hin. Ja, okay, Ulti, Ulti von hinten. Ja, ja, hatte ich vor, aber ich brauche noch ein bisschen. Brauchst du noch ein bisschen, du musst noch deinen Chakra aufladen. Ich mach total viel Schaden an meinen Ultimate. Mach total viel Schaden mit deinen... Oh, der ist tot. Hm, okay, dann bin ich mir back. Ja, da geh ich schnell mal kurz back. Lol. Was war das? Ich glaub, diesmal sind wir echt schlechter als das letztes Mal. Nee, irgendwie ja nicht. Doch, ich glaub schon. Ja, nee, der muss ist ja auch noch ein bisschen schwieriger jetzt. Das sind ja auch mitbreche. Oh, bist du schwieriger. Ja, ja, schwieriger. Ja, wo ist das? Und kein Kill mehr. Scheiß Geist, Alter. Double Buff an Ivia, OP. Oh, Leute. Viel 6 Geist. So, Alter, pass auf. Ich zeig jetzt, wie man es heute macht, okay? What the fuck you go. Warum... Ich komm ein Checo-Klon von Leona. Der Simon. Easy, mate. Die haben dir im Drachen gemacht. Okay. Wann haben die... Was? Die Rechner haben Brachen gemacht. Wann haben die das denn gemacht? Ja, gerade eben. Oh, Leute, Alter, was ist das denn hier? Hä, aber wie haben die die Brachen gemacht, wenn alle Botnames sind? Oh, mein Gott, Alter. Leona, killt diese Leo. Ich hab die sogar noch ignatet. Weil die kriegt ja einfach keinen Schaden. Nee, die kriegt ja einfach keinen Schaden. Ist einfach komplexes Jammy-Anspann. Ja, doch, ist komplexes Jammy-Anspann. In Doom-Bots. Ja, ist eigentlich komplexes Riot-Design. Geht's aus. Weil die hätten uns ja ein bisschen Blähnste machen können. Schalt's weg, Boys. Oh mein Gott. Oh, Leute. Hey, komm, wir müssen die... Oh mein Gott, Alter, das war Genki. Die Leona ist tot. Alter. Alter! Weiß, das wird was. Ach du Scheiße, nein, das sind gar nix. Ich glaube, ich bin das, Kappa. Oh, ja, ich glaube. Also, sie finishen das schon ohne den Timo. Nee, das glaube ich nicht. Obwohl drei Minuten? Doch, believe me. Drei Minuten sind doch eine lange Zeit. Ey, wir haben Drache Boys. Das können wir schaffen. Wie kennt ihr nicht? Hey, ich stehe auf Positiv. Go! I believe in our strange. Nein, not. Wann kriegen wir noch mal so richtig viel Geld? Wenn wir 20 Tötungen gemacht haben. Okay. Ja, das sind noch drei Kills. Drei Kills, Paun. Also, ich stehe ja noch eigentlich positiv. Ja, ich eigentlich auch. Nee, du eigentlich auch. Ich eigentlich nicht. Oh leu, Alter, diese Leona-Genki-Damas. Oh mein Gott. Hm. Diese Anivia-Roll. Anivia, still the main. Ja. Ich kann nicht ulten. Oh mein Gott, Alter. Mein Ei, beschützt meine Ei. Okay. Defty Nexus, Jungs. Mein Link ist alles gefützt. Mein Link ist alles gefützt. Mein Link ist alles gefützt. Äh. Na gut. Warum haben wir nicht auf 100 alle gemettet? Erstmal gewonnen. Ja, ist halt echt so, ey. Ja, GGWP. Ach du Scheiße, Alter. Also, in der letzten Folge auf Schwierigkeitsgrad 50. Jetzt auf 66. Nein, es war 45. Ja, GGWP. 45. 45. Ja, GGWP. Ja, GGWP, Alter. Okay, nochmal. Vielleicht schaffen wir es ja in der nächsten Aufnahme auf Schwierigkeitsgrad 100. Aber ansonsten, bis dahin macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.